Dieses Gerät transferiert 31 Millionen Dollar, sobald die Ware die mexikanischen Gewässer verlässt. Der Rest wird überwiesen, wenn die Lieferung in Joya Taro eintrifft. Und wenn es nicht ankommt? Dann verliert jeder von uns. Ich habe die Lieferung von 5000 Kilo veranlasst. Ein besseres Angebot gibt es nicht. Bring uns zu der Ware. Die Vermittler sind für die Abwicklung der Geschäfte zuständig. Und genau das tun wir. Daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. Diese Lieferung ist für Sie äußerst wichtig. Hörst du? Mexiko hat uns zu den besten Soldaten ausgebildet. Und nun sind wir hier. Wir müssen weg. Die Polizei kommt. Wir werden ja sehen, wie viele Freunde ihm noch bleiben, wenn die Lieferung nicht eintrifft. Das ist der Wille Gottes. Weißt du, warum wir mit der Sache kein Geld verlieren? Weil die gesamte Wirtschaft nur mit Hilfe unserer Geschäfte am Leben bleibt. Glaubst du an Gott? Wir sind nichts weiter als Werkzeuge in seinen Händen. Was auch immer er uns befiehlt, dürfen wir nicht hinterfragen. Das Risiko ist größer als sonst. Bei diesem Profit ist es das Risiko wert. Wer sagt ihr glaube, das ist das Risiko wert. Wer hat den anderen Nachfragen gemacht. Ich bin kein Prozess und sehr viel Ingen. Ich bin kein Prozess. Ich bin kein Prozess.